Leute, heute sprechen wir um einen Post von Kral Rindu, einer der weltweit bekanntesten Dataminer in Sachen Apex Legends und der hat vor wenigen Stunden etwas gepostet, was die Erbstücke betrifft. Und was die Zukunft der Erbstücke betrifft, entscheidet bitte in diesem Video in den Kommentaren für euch selber, passt das zu Respawn und EA, ja oder nein. Also das sind jetzt nicht die geilsten Nachrichten, muss ich leider sagen. Inhaltlich vielleicht für das eine Erbstück richtig geil, aber ob das jetzt so geil wird, ich weiß es nicht. Es geht um folgendes Erbstück. Im Longs Trailer zu Season 20 wurde dieses Erbstück gezeigt, ist quasi offiziell bestätigt. Das ist das nächste Erbstück, was kommt. Also im nächsten Collection Event werden wir dieses Erbstück bekommen. Es ist ein universelles Erbstück, wie das Buster Sword von Cloud Strife aus Final Fantasy 7, aus dem Final Fantasy 7 Rebirth Event. Ein mega geiles Erbstück. Jede Legende kann es tragen. Und EA und Respawn haben festgestellt, hm, das Erbstück ist geil, es kann jeder tragen, das bringt Kohle und das hat sich bestätigt, es bringt halt einfach mehr Geld. Also hat sich Respawn gedacht, beziehungsweise eher EA würde ich behaupten, Mensch, lass uns doch noch mehr von diesen Dingern bringen, weil das richtig Geld bringt. Und jetzt kommt folgender Post. Das ist nicht wirklich hundertprozentig gedatamined und bestätigt, aber es passt halt irgendwie zu Respawn. Dieses Erbstück nämlich soll komplett customizable sein. Du kannst verschiedene Teile dran bauen, du kannst es wahrscheinlich farblich verändern und so weiter und so fort. Und jetzt zieht euch folgende Hammerinformation rein. Wie gesagt, es ist nicht offiziell bestätigt, aber Kral Rindo schreibt, was wäre, wenn ich euch sage, dass im Gesamten nicht komplett, das ist jetzt nicht so, dass das Erbstück rauskommt und du musst da 700 US-Dollar oder 700 Euro oder weiß der Geier was hinblättern, so wird es nicht sein. Aber ich gehe davon aus, wenn ich das hier richtig interpretiere, dass das Erbstück halt irgendwann rauskommt. Du kannst das vielleicht mit Erbstücksplittern ziehen, vielleicht aber auch. Ja doch, ich denke schon, dass du das mit Erbstücksplittern ziehen kannst. Das wird sicherlich nicht wie das Buster Sword von Cloud Stripes sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es soll ja Geld bringen, dass du die Grundversion von diesem Erbstück erstmal kaufst oder ziehst oder wie auch immer. Und das über Zeit, über verschiedene Seasons, nehme ich mal an, anders macht es keinen Sinn, dass du immer wieder neue Teile kaufen kannst, neue Sachen, dass du den Style des Erbstücks verändern kannst. Er schreibt, das ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber hört mir einfach mal zu, was ich zu schreiben habe. Respawn hat halt festgestellt, dass legendenspezifische Erbstücke nicht so viel Geld bringen, sie sollen wohl verschrottet werden. Warten, ich zeige euch einfach mal den deutschen Post für die Leute, die keinen Bock haben, auf diesen englischen Text. Also ich kann nicht bestätigen oder sagen, dass dies zu 100% wahr ist, aber sie müssen sich anhören, was ich gerade gehört habe. Legendenspezifische Erbstücke werden verschrottet. Nehmt diese Übersetzung auf Ex jetzt nicht zu wörtlich verschrottet, bedeutet einfach nur, in Zukunft werden wahrscheinlich keine Energien der Respawn-Mitarbeiter mehr verschwendet, um für Legende spezifische Erbstücke herzustellen, sondern in Zukunft wird es dann wohl angeblich laut Leaks so sein, dass die Legenden, die bis jetzt noch kein Erbstück haben, auch keins bekommen, weil die Energie jetzt in Erbstücke fließt, die jede Legende tragen kann, weil das einfach Geld bringt. Also hier steht weiter, das Erbstück, das wir im Longstelle gesehen haben, ist das nächste Erbstück, was kommt. Es wird anpassbar sein. Du kannst das verändern mit verschiedenen Teilen, Aussehensstil und so weiter und so fort, aber es reicht nicht aus, das Erbstück selbst zu bekommen. Ihr müsst die anpassbaren Funktionen kaufen, um also alle Funktionen des Erbstücks zu erhalten. Müsst ihr insgesamt 700 US-Tonner bezahlen. So, jetzt seid ihr dran. Klingt das nach EA? Ja, nein, vielleicht. Kreuzt bitte nicht alles dreis an. Also ich bin überzeugt, dass das sehr danach klingt. Ich glaube aber auch, dass du das nicht zum Freischalten so bezahlen musst, sondern dass du wirklich die Grundversion des Erbstücks erstmal ganz normal wie jedes andere Erbstück erstmal kaufst oder vielleicht mit Erbstückssplittern ziehst, weil wenn das wirklich so heftig teuer wird über die Zeit, dann wird das auch im Store erhältlich sein. Das lässt sich doch respawnig entgehen, die sind ja nicht bescheuert. Und deswegen denke ich, die Grundversion wird jetzt in Season 20 erstmal kommen. Dann wird es wahrscheinlich in jeder Season ein Event geben, wo dann Customizable Parts, keine Ahnung, kommen, die du dann extra bezahlen musst. Ob du die dann vielleicht sogar auch mit Erbstückssplittern freischalten kannst, müssen wir mal abwarten. Das klingt aber auch so, als könnte es sein, ja, du ziehst halt vielleicht wieder 150 Erbstückssplitter und dann setzt du vielleicht, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, 50 Erbstückssplitter ein für irgendein neues Teil, für irgendein neues Feature für das Erbstück oder vielleicht sogar 150. Wird auch zu EA passen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hm, also die Art und Weise jetzt Erbstücke ins Spiel zu bringen, die jede Legende tragen kann, finde ich erstmal richtig, richtig geil. Aber das finde ich schon ziemlich dreckig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Na klar, können jetzt wieder Einzelne sagen, naja, du musstest ja nicht an Geld ausgeben. Natürlich musst du das nicht. Aber irgendwie ist das schon kack. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich schon freuen, wenn jede Legende trotzdem in den Genuss kommt. Gerade Legenden, die sehr, sehr beliebt sind, aber bis heute kein Erbstück bekommen haben. Da wäre es dann schon traurig, wenn die dann in Zukunft aufgrund dieser Erbstückänderung dann kein Unique-Erbstück bekommen, was nur diese Legende tragen kann. Das wäre schon ziemlich, ziemlich schwach. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich denke trotzdem weiterhin, dass jede Legende noch ein Erbstück extra bekommt. Und dass wir vielleicht aller paar Seasons so ein Customizable-Erbstück bekommen. Und ja, irgendwie sowas. Es ist ja auch alles Geld irgendwo. Also, ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach klingt das absolut 100% nach EA. Ähm, was wir draus machen, muss man mal sehen. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Das war es soweit von diesem Apex Legends News Update. Bis zum nächsten Video da rein. Ciao.